Keine Schwere, im Team läuft es zwar nicht so brauche, umso besser. Plötzlich ein Schalter rumkippt? Ja, am Anfang war es nicht so gut, auch mit den Verletzungen. Aber jetzt habe ich gut mit den Linien, wir kommen gut klar. So bin ich glücklich für mich selbst im Moment. Das Positive, ihr könnt auch der ganzen Mannschaft Schub geben. Trotzdem, heute, am Anfang, im ersten Schritt, war es mir nöchtern. Was ist denn passiert? Haben wir zu viele Strafen geholt? Ja, sicher. Die Strafe hat nicht geholfen. Wir haben den Flow verloren. Wir konnten nicht mehr alle spielen. Die ersten Spiele haben wir fast 10 Minuten draussen warten. Wir sind super gestartet. Im ersten Drittel war es immer die beste Mannschaft. Und mit der Strafe ist es immer schwierig. Wenn man weiss, der HZD auf den Treffen noch ein paar Mal. Kann man aus diesem Spiel auch ein Schlüssel sein, damit man in der nächsten Mal endlich mal die Daphosa schlagen kann? Ja, ich denke sicher so im ersten Drittel. Wenn man so im ersten Drittel spielt, können wir alle schlagen. Ich glaube, wir müssen den ersten Drittel nochmal anschauen und das mitnehmen. Wir haben, unsere Doppeldeckchen und die Doppeldeckchen.